Norddeutscher Rundfunk 2021 Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank und ganz, ganz herzlich willkommen hier beim Dreiser Zeltfestival. Ja, ich bin Horst Evers und freue mich auch natürlich sehr, dass ich heute einen 45-minütigen Ausschnitt aus meinem aktuellen Programm, hinterher hat man es meist vorher gewusst, machen kann. Was einerseits natürlich total schön ist, allerdings ist es bei so einem Ausschnitt ja auch immer so, das sage ich ruhig vielleicht vorher, dass der ein oder andere Übergang vielleicht ein bisschen abrupt sein wird. Wo man sich auch, aber das, also und deshalb werde ich auch direkt einsteigen, vielleicht mit dem Programmtitel, den ganz kurz einmal erklären. Dieser Titel, hinterher hat man es meist vorher gewusst, der fußt sehr auf einer Beobachtung, die ich seit einiger Zeit schon bei ganz, ganz vielen Freunden und Bekannten gemacht habe, gerade auch im allerengsten Bekanntenkreis, die praktisch alles. Wann immer irgendwie irgendwo irgendwas passiert ist, sobald es passiert ist, dann aber auch direkt kommentieren, mit einem ganz, ganz entschiedenen, ganz souveränen, ja, ja, das war klar, ja, 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 nein, für Sie keine Überraschung, nein, 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 das war lang abzusehen, ja, wenn man sich ein bisschen mit befasst hat, ja. Wobei das natürlich auch ein relativ schwieriges Geschäft ist, also Sachen praktisch immer, immer dann erst, ja, ja, zu sagen, wenn sie passiert sind, also eben ein Hellseher, der die Zukunft immer erst rückwirkend vorhersagen kann, das ist kein einfacher Markt. Das ist, nein, nein, das ist letztlich ein ganz schwieriges Geschäft, worunter Sie auch leiden, das merkt man, Sie haben oft auch schlechte Laune, wenn Sie das sagen, ja, das war doch klar, und, und, ja, aber da haben dann manchmal zumindest ganz schöne Begründungen dafür, dass Sie schon vorher wussten, also nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel, den Hoeneß-Prozess, das, das war ganz hübsch, das war ja insgesamt, weiß nicht, wer sich noch erinnert, ein sehr überraschender Verlauf, als das wirklich von Tag zu Tag immer mehr wurde, das, das Geld, das er dahinterzogen hat, wo es irgendwie losging mit drei Millionen, dann wurden es 18, dann auch mal 27, 28, 28, 29, über 30 auch mal, was ich persönlich ja schon sehr überraschend fand, und Uli Hoeneß ja auch, ja, ja, der war ja auch völlig perplex, also, wo man auch sagt, ach ne, jetzt hört aber mal auf und so, das war dem nicht recht, das war schon zu merken, aber wo dann einer meiner Freundin sofort sagt, nee, das war klar, ja, ja, nein, das war völlig klar, dass da noch viel mehr dahinter steckt, wer Wurst produziert, ist es gewohnt, alles verschwinden zu lassen, auch noch viel größere, ganz andere Summen, und das ist ohnehin aber, ja, auch ein Spezialgebiet von Ihnen, also gerade Lebensmittel, Lebensmittelskandale, das haben Sie besonders gern, da kann Sie gar nichts überraschen, da haben Sie mit allem eigentlich schon gerechnet, also nehmen wir da vielleicht auch mal ein Beispiel, der letzte große, an den man sich noch erinnert, wäre gewesen, die ist Pferdefleisch in der Tiefkulassanje, als dann ein anderer Freund von mir auch, sobald das rauskam, dann sagte, ja, das war klar, ja, nein, das war lange bekannt, ja, ja, oh, das wundert Ihnen jetzt, dass mich das wundert, aber, oh, nein, das konnte man auch sehen, ja, ja, die Tiefkulassanje, wenn du von der Seite so ein bisschen geguckt hast, die hat auch ein bisschen geguckt wie ein Pferd, das konnte, ja, ja, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet auch, das, das konnte man eigentlich wissen, wobei Sie sowieso grundsätzlich überrascht waren über die Aufregung damals auch, also, ähm, weil Sie sagten, an sich ist das ja gar kein Lebensmittelskandal, also, weil Pferdefleisch eigentlich ist ja nun überhaupt gar nicht schlimm, aber zumindest mal nicht schlimmer als anderes Fleisch auch, nur halt ungewohnt, das schon, also, wenn man es weiß, sonst geht es eigentlich, ähm, nein, aber, aber eben ja überhaupt nicht gesundheitsschädlich oder sowas, von daher gar kein Lebensmittelskandal, also, wenn man jetzt auch den Sattel in der Lasagne gewohnt hat, gefunden hätte, ne, klar, logisch, das, ja, das wäre ein Lebensmittelskandal gewesen, dann hätte man auch gucken müssen, wie ist der produziert, war das nachhaltig, war die Kühlkette in Ordnung, das ganze Zeug, ne, was dann immer alles dranhängt, aber so, in diesem Falle, das wäre tatsächlich jetzt nur ein Kennzeichnungsskandal, ähm, wo ja auch dann die Lebensmittelindustrie sofort hinterher gesagt hat, ah ja, ah nee, da sind wir jetzt auch froh, dass das rausgekommen ist, das ist ja schön, dass wir das jetzt wissen, dass, dass man das wissen will, was drin ist und so, und da werden wir jetzt reagieren, da, eine ganz andere Sensibilität, ab jetzt werden wir ganz genau, ganz präzise draufschreiben, was im Groben wahrscheinlich ungefähr drin ist, ähm, Ja, in etwa so haben Sie es tatsächlich formuliert, also, weil, na, ganz genau können Sie es natürlich nicht draufschreiben, weil Sie wollen es ja auch verkaufen, klar, also, nein, das ist ja lo, also da muss man auch fair bleiben, ja, doch, Das ist ja immer, dass er auch so einen Kompromiss finden muss zwischen Wirtschaftlichkeit und Aufklärung, logisch, aber, und das haben Sie wirklich versprochen, Sie werden dem mündigen Verbraucher, der mündige Verbraucher wird ausreichend Möglichkeit bekommen, stutzig zu werden, das, ja, ja, Sie, Sie, wahrscheinlich werden sich eben tatsächlich dann auch orientieren an diesen Produktempfehlungen, wie es das ja bei Amazon und so auch gibt, dass Sie dann eben draufschreiben, Kunden, denen diese Tiefklaasagne gefallen hat, interessierten sich auch für unsere Pferdekalender. Aber, aber, ja, zurück zu meinen Freunden, ich verstehe ja grundsätzlich Ihre Haltung, dass Sie, dass Sie gerne Sachen voll gewusst haben und habe ein bisschen auch, auch so eine Leidenschaft, also, mir ist immer sehr wichtig, dass Sie jeden Abend, und auch wenn es, wenn es eben nur 45 Minuten sind, mindestens eine Geschichte dabei habe, wo ich auch wirklich was aufdecke, sozusagen ein Skandal, etwas, was man noch nicht wusste, etwas Besonderes, was so auch noch kein anderer aufgedeckt hat, was, wie ich zugeben muss, im Laufe der letzten zehn, zwölf Jahre sehr viel schwieriger geworden ist, weil ja mittlerweile, es ja so viel Öffentlichkeit gibt, dass das eigentlich praktisch immer alles schon mal irgendwo gestanden hat und wenn es nur im Netz in irgendeinem Blog oder Newsletter gewesen ist, irgendwo stand es immer schon mal, aber trotzdem habe ich eben diesen Anspruch, mindestens eine Sache, die man so noch nicht wusste, und zwar eine Sache von Relevanz aufzudecken und muss dafür dann halt zur Not auch mal sehr, sehr, sehr weit ausholen. Der Hausmeister meiner früheren Grundschule schreibt mir, meine alte Grundschule wäre da entkernt und zwar im Fitnessstudio auch mit Rückenschule umgebaut. Ich will jetzt gar nicht darüber lamentieren, was es über die Bevölkerungsstruktur in ländlichen Gebieten aussagt, wenn da jetzt aus den Grundschulen Rückenschulen werden. Ich will es aber doch mal bemerkt haben. Auf alle Fälle hat der Hausmeister jetzt tatsächlich so viele Mailadressen wie möglich von ehemaligen Schülern ausgegraben, um diesen zu schreiben, dass er jede Menge Gegenstände aus ihrer alten Grundschule bei Ebay versteigern würde. Und da war sie dann, meine alte Schultafel, die alte Grundschultafel aus Raum 24, unserem Klassenzimmer. Die Tafel, wo Herr Gülke immer oben links die Zu-Spät-Komma aufgeschrieben hat und später auch die, die sonst noch Unfug veranstaltet hatten, wo man den ganzen Schultag lang seinen Namen lesen konnte. Wohlwissend, dass jeder Name am Ende mit einer Strafe bedacht werden würde. Die Tafel, vor der ich, wer weiß, wie oft verzweifelt und ahnungslos stand. Auf dem Holzboden, der schon getränkt vom Anschweiß von Generationen verwirrt, orientierungslos tropfender Grundschulkinder längst mürbe und knorrig geworden war und mit seinem gequälten Knarzen die lehmende Stille des Unwissens zu einer Dolby-Surround-Stille gemacht hatte. Denn die stillste Stille wird noch sehr viel stiller und unheimlicher, wenn in ihr ein Boden knarzt. Es löste Diskussion aus, als die Spedition vor der Tür stand und ich der Familie gestehen musste, dass ich ja im Inneren dran folgend bei Ebay meine alte Grundschultafel ersteigert hatte. Für gerade mal 4,72 Euro. Plus allerdings noch mal 63,50 Euro Versandkosten. Die Familie vertrat die Auffassung, wir bräuchten gar keine Grundschultafel in der Wohnung. Es folgte eine hitzige, unerfreuliche Diskussion. Im Prinzip war es wie damals, als ich ein Modell der originalen Melkmaschine ersteigerte, auf der ich in meiner Kindheit Kühlmelken gelernt hatte. Auch damals gab schon diese halbgare Leier von im vierten Stock ohne Tiere bräuchte man so eine Melkmaschine gar nicht. Das übliche Zeug, wo immer jeder eine Meinung hat. Na ich meine, wenn man mal so argumentiert, brauchen wir irgendwann gar keine landwirtschaftlichen Nutzgeräte mehr zu kaufen. Ist doch wahr. Aber egal. Niemand wollte die Tafel. Also musste ich sie in mein kleines Zimmer schaffen. Und dann begann es. Nachts hörte man plötzlich grausige, unheimliche Geräusche. Knarzen. Aber auch die schlimmen Geräusche nasser Kreide, die quietschend über die Schiefertafel gezogen wird. Ich rannte in den Zimmer, auch da war nichts bei der Tafel, nicht mal Kreide. Aber es kam noch schlimmer. Wenn ich morgens erst nach acht in den Zimmer kam, stand plötzlich links oben an der Tafel mein Name. Der Name des Zuspätkommers. Vor acht war alles gut, doch weh ich war später. Dann stand da der Name und alles an diesem Tag ging schief. Der Bus fuhr mir vor der Nase weg. Geschäfte schlossen genau, wenn ich die Tür erreichte. In der Rathauskantine war mein Wunschessen direkt, bevor ich dran war, aus. Immer kam ich zu spät, bei allem. Und nachts war das geheimnisvolle Quietschen der nassen Kreide noch mal lauter. Es stellte sich heraus, dass ein Fluch auf meiner alten Grundschultafel lag. Das jahrelange Anklang und Leid der Zuspätkommer hatte sich tief in die Seele der Tafel gefressen. Wir ließen einen Exorzisten für Grundschulgegenstände kommen. Aber der sagt, es sei zwecklos. Der Fluch, die Kraft des Zuspätkommens, sei so untrennbar in die Tafel eingebrannt, dass nur ihre völlige Zerstörung dafür sorgen könnte, dass nicht für alle Zeiten, alles, mit dem sie in Kontakt käme, viel, viel, viel zu spät dran wäre. Also brachten wir sie schweren Herzen zum Recyclinghof, wo sie dann verschrottet wurde. Ein Teil meiner Kindheit. Einfach verschrottet. So traurig hätte die Geschichte eigentlich enden können. Doch als ich dann hörte, dass ausgerechnet dieser Recyclinghof den aller, aller, allergrößten Teil der neu gewonnenen, also recycelten Rohstoffe für den Bau des neuen Großflughafens Berlin-Brandenburg geliefert hat, hatte ich doch ein schlechtes Gewissen. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit man das hier in Mainz auch verfolgt. Es ist tatsächlich so, wir bauen uns im Moment in Berlin im Umland, bauen wir einen Flughafen, also im Prinzip. Also läuft so mittel, kann man... Nein, es läuft nicht gut. Es läuft überhaupt nicht ideal. Es gibt große Probleme, war so auch nicht absehbar, wobei ich durchaus Freunde habe, die sagen, nee, das war klar. Aber hallo, von Anfang an. Wobei ich persönlich, also ich gehöre jetzt echt zu den Leuten, die ganz, ganz lange Zeit, habe ich die Flughafenplaner und Bauer immer noch in Schutz genommen. Und auch immer gesagt, Kinder, wenn ich diesen Flughafen hätte bauen müssen, mir hätte das auch passieren können. Ja, aber jetzt mal echt. Wenn ich Sachen baue, ist auch oft nicht pünktlich fertig. Und funktioniert auch nicht immer alles schön und gut. Und die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, als diese ersten Probleme aufgetaucht sind, ich fand das so sympathisch. Das hat mich so an mich erinnert. Also ich weiß noch, als die ersten Nachfragen kamen, wo sie auch gesagt haben, nee, ist nix. Nein, na, ist alles gut. Alles gut, alles schön, alles wunderbar. Nee, nee, lass, ich mach das. Ich, ich lass, genau wie ich. Und dann waren sie auch so umsichtig und verantwortungsbewusst. Also das fand ich jetzt echt, weil eigentlich die Eröffnung, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, die hat ja sein sollen im Sommer 2012. Also wir hatten jetzt gerade zwei Jahre nicht Eröffnung. Ja. Haben gar nicht richtig gefeiert eigentlich. Ja, das war auch. Nein, nein, und es war ja damals, es war ja alles vorbereitet. Es war alles gemacht. Alle Einladungen verschickt, auch Zusagen schon da. Es war irgendwie Übertragung organisiert, Catering organisiert, Hüpfburgen, Musik bestellt, alles fix und fertig. Und dass sie dann trotzdem, obwohl alles vorbereitet war, und das mache ich nämlich auch immer noch, dass sie trotzdem ein paar Wochen vorher noch mal gesagt haben, Moment. Jetzt lass aber doch noch mal in Ruhe gucken, haben wir auch wirklich alles. Es ist wirklich an alles gedacht. Es sind oft die Kleinigkeiten. Wie weit ist denn der Flughafen? Ja. Es ist überall ein Dach drauf. Haben wir Brandschutz. Weil das wäre noch viel peinlicher geworden. Das hätte richtig doof ausgesehen. Wenn sie einfach eröffnet hätten, weil es ja vorbereitet ist, und nach drei, vier Wochen guckt einer hoch, ui, kein Dach. Das wäre peinlich gewesen. Weil dann hätten sie auch nicht mehr sagen können, sind nicht fertig geworden. Nee, haben wir eröffnet. Dann wären die schlimmen Erklärungen gekommen. Da hätten sie wahrscheinlich Zeug aus den Fingern gesogen. Irgendwas in der Art wie... Ja, das ist so ein offenes Konzept. Das haben wir uns überlegt, weil es ja ein Flughafen ist. Wollten wir Verbindungen zwischen Himmel und Erde, wollten wir erhalten, wollten wir spürbar machen. So ein ganzheitlicher Flughafen. Dass man auch mal hochgucken kann und sieht, ui, da ist Himmel. Da bin ich gleich. Ist grad frei, Gott sei Dank. Und auch das gesamte Brandschutzkonzept ist natürlich komplett auf dieses kein Dach abgestimmt. Es muss halt regnen. Aber dann greift eins ins andere. Und dass sie uns das erspart haben, da war ich so dankbar. Und habe deshalb auch gesagt, immer, Kinder, jetzt lasst die mal. Die sind ja mit dem Herzen dabei. Jetzt lasst die doch mal in Ruhe bauen. Ich kann auch nicht bauen, immer so ein Gemecker und so. Die werden schon irgendwann irgendwo irgendwas eröffnen. Ist noch immer irgendwann irgendwo irgendwas eröffnet worden. Und war lange, lange Zeit. Immer habe ich sie in Schutz genommen. Bis dann vor rund anderthalb Jahren plötzlich es hieß, ui, es wird wieder ein neuer Flughafenchef gesucht. Wo man auch ja gespannt war und dachte, ah, wer wird es wohl diesmal und so. Immer ein bisschen spannend. Und dann auf mal die Meldung kam, der neue Flughafenchef wird Hartmut Medorn. Das war für mich zum ersten Mal der Moment, wo ich dachte, oh, Sie haben aufgegeben. Sie wollen es gar nicht mehr eröffnen. Sie haben wahrscheinlich längst irgendwelche anderen, ganz brillanten Pläne, die man gar nicht versteht. Also wahrscheinlich wollen Sie die Baustelle an die Börse bringen. Das wird wieder super. Oder haben sich einfach überlegt, was passiert wohl, wenn Hartmut Medorn mal was übernimmt, was schon vorher kaputt ist. Minus mal Minus gibt Plus oder so. Und war lange Zeit sehr niedergeschlagen. Also offengestanden bis zu dem Moment im Dezember letzten Jahres, das mutet jetzt fast seltsam an, bis tatsächlich zu dem Moment, als Klaus Wovereit überraschenderweise dann doch wieder den Aufsichtsratvorsitz von dem Flughafen übernommen hat. Und zwar tatsächlich mit dem großartigen Satz, es braucht jetzt jemanden, der sich auskennt. Wo ich dann direkt dachte, ach guck mal, Sie haben den Humor wiedergefunden. Und das ist ja so wichtig. Gerade bei so einem Großdings, das da aus dem Ruder läuft, das ist so wichtig, dass du deinen Humor behältst. Dass du locker bleibst, dass da nicht so verkrampft rangehst. Und hab deshalb immer gesagt, also nach wie vor, Sie werden irgendwann irgendwo irgendwas eröffnen. Also wahrscheinlich wird man es völlig vergessen haben. Man wird morgens beim Frühstück sitzen, einer wird in die Zeitung gucken, und nochmal wird er sagen, jetzt haben Sie es eröffnet. Wie, was, was haben Sie eröffnet? Der Flughafen. Jetzt ist er eröffnet. Welcher Flughafen denn? Na, der Flughafen, weißt du doch, hat doch Opa immer von erzählt. Ach, der Flughafen. Wie, der ist jetzt auf? Ja, ist jetzt auf. Oh, das ist ja schön. Und machen Sie das mit den Flugzeugen denn auch wieder? Nee, das glaube ich nicht. Also da, nee, also Kerosin haben Sie auch gar nicht mehr. Das ist ja doch eine Technologie aus dem letzten Jahrhundert. Also nee, nee, das ist jetzt direkt Museum. Da waren Sie jetzt wirklich mal schnell. Und das ist natürlich eigentlich eine Möglichkeit, die hätte man auch heute schon. Ja, da könnte man an sich auch heute noch während des Bauens aus der Baustelle auch schon mit wenig Aufwand ein Museum machen. Oder meinetwegen auch ein Mahnmal, das wäre direkt fertig. Ja. Na, weil es gibt ja schon auch was zu sehen. So ist es ja nicht. Also Sie haben ja das Mängelfeststellungsverfahren abgeschlossen. Am Ende waren es über 85.000 Mängel. Über 85.000. Da ist für jeden was dabei. Ich denke, da findet jeder seinen Mangel, wo er sagt, das interessiert mich, das würde ich gerne mal sehen. Also mein persönlicher Lieblingsmangel sind ja nach wie vor diese Rolltreppen. Ich weiß nicht, wer das verfolgt. Es gibt offensichtlich im Abfertigungsgebäude ja wohl Rolltreppen zwischen den einzelnen Stockwerken. Die sind zu kurz. Es fehlt ein Stück. Wo ich auch sagen will, das passiert. Aber hallo. Also jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, wie schnell sowas passiert ist. Oh Gott, also da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich meine, so ein Zollstock hat nun mal nur zwei Meter. Wie willst du es denn machen? Ja, wie soll es denn bitte schön gehen? Also den klappst du natürlich aus auf die zwei Meter. Logisch, nutzt du komplett aus. Ganz aber. Reicht ja nicht. Es reicht ja nicht. Da musst du natürlich anhalten. Logisch, da musst du nur beim Hochschieben. Beim Hochschieben muss nur einmal einer von hinten gucken. Und willst du ein Bier? Ja, ja. Und dann fehlt praktisch so ein Stück. Also quasi ein Bier fehlt, kannst du sagen. Und wem das noch nicht passiert ist, der werfe die erste Rolltreppe. Also hallo. Und so gibt es natürlich viele schöne Mängel dort, die auch interessant sind. Die man gerne mal sehen würde. Oder ich habe ja auch viele Freunde, die würden gerne helfen. Natürlich. Also wo man das ja auch nutzen könnte und da so einen Mitmachflughafen draus machen. Also wo dann auch die Leute sich einbringen. Und die Berlin und Brandenburger ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Flughafen hätten. Wenn das so eine Naherholungsbaustelle wäre. Also wo sie dann kommen würden und man auch vielleicht später sagen würde, das ist mein Flughafen. Da habe ich mitgehört. Also wenn man das seinen Enkeln erzählen kann. Guck mal hier, den Mangel, den habe ich behoben. Den habe ich verursacht. Wo sich jeder nach seinen Möglichkeiten einbringt. Und auch für die Region wäre das so gut, wenn sie da zumindest doch jetzt so eine Naherholungsbaustelle erst mal hätten. Weil dann ja auch Leute hinkommen würden, die vielleicht auch unterwegs mal anhalten, mal einen Kaffee trinken. Und auch dann eventuell sehen, wie schön Brandenburg eigentlich auch ist. Also. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich ja wirklich sehr viel durch Brandenburg komme. Allein das Vorlesen. Und das ganz oft gefragt werde von vielen Freunden in Berlin. Bei vielen Orten. Also jetzt vielleicht nicht Potsdam. Das kennt jeder. Aber schon bei Cottbus geht das los. Beim nächsten größeren Ort. Sag mal, Horst, wie ist das eigentlich, der Ort? Also Cottbus, lohnt sich das? Ist das ein Ort, wo man mal schön durchlaufen kann? Ja. Ja. Wo ich dann auch im Regelfall sage, hm. Cottbus, das ist ein Ort, wo man mal schön durchlaufen kann. Hätte ich gar nicht präzise ausdrücken können. Nein, aber wo die mich dann ja auch schon kennen. Und deshalb nochmal nachhören. Ne, 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 klar, verstehe ich schon. Sehr lustig. Aber Cottbus ist ja auch ein Ort, wo man mal schön stehen bleiben kann. Also ich vielleicht auch mal hinsetzen und gucken. Also Cottbus, ist das so ein Ort, wo man was sieht, wenn man mal guckt? Und da war ich mir im ersten Moment nicht ganz sicher. Also, und dachte dann aber, komm. Wenn du das nächste Mal da hinkommst, da bleibst du aber mal stehen und dann guckst du aber mal, ob du was siehst. In Cottbus an der Ecke Bahnhof Erich-Weinhardt-Straße steht der Mann vor der Kreuzung und wartet an der Ampel. Als es grün wird, gehe ich rüber. Er bleibt stehen. Gehe gegenüber den Kiosk. Als ich wieder rauskomme, steht er immer noch da. Mehrere Grünphasen müssen mittlerweile gewesen sein. Auch jetzt ist gerade wieder eine. Links und rechts drängen sich die Leute an dem Vorbau. Aber er bleibt einfach stehen. Als ich auf dem Rückweg wieder an ihm vorbeikomme, spreche ich ihn an. Entschuldigung, aber gibt es einen Grund, weshalb sich bei Grünen die Straße überqueren? Er schaut mich erschrocken an. Sagt, was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Denke Gott, was frage ich auch? Er will gerade weitergehen, als er plötzlich ruft, Entschuldigung, aber Fluss durch Luzern mit fünf Buchstaben. Fluss durch Luzern mit fünf Buchstaben. Reus. Reus? Ja, Reus, wie der Fußballer. Welcher Fußballer? Marco Reus, Borussia Dortmund. Was hat denn der mit Luzern zu tun? Nichts, der Fluss heißt nur so. Welcher Fluss? Der durch Luzern. Ah, den suche ich. Wissen Sie zufällig, wie der heißt? Reus. Wie der Fußballer. Ganz genau. Er holt ein Kreuzworträtsel raus. Schaut, sagt er, näher kann nicht sein. Das muss was mit fünf Buchstaben sein. Reus wäre jetzt in dem Falle mit fünf Buchstaben. Ja, aber nur, wenn man es auch so schreibt. Was? Ja, außerdem haut das auch gar nicht hin. Das muss mit H anfangen. Er zeigt mir das Kurzworträtsel. Brauche einen kurzen Moment, aber dann erkenne ich das Problem. Oh, oh, nee, Moment. Das liegt daran, dass Sie beim männlichen Hase haserig geschrieben haben. Das müsste aber Rammler heißen. Ich weiß. Aber ich schreibe nicht gerne solche Worte. Bitte? Rammler, schreibe ich nicht gerne. Dann weiß ich, boah, fühle mich unwohl, weiter schreibe ich lieber haserig. Ja, aber dann ist verkehrt. Ja, das ist es mir wert. Es wird grün. Er drückt mir plötzlich das Kurzworträtsel in die Hand und rennt über die Kreuzung. Ich bleibe irritiert zurück. Es wird rot, dann grün, dann wieder rot. Jemand spricht mich an. Entschuldigung, aber gibt es ein Grund, weshalb sich bei Grünen die Straße überqueren? Ich schaue, erschrocken sage, was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Er lacht. Okay, kein Problem. Der Fluss durch Luzern heißt Reus. Geben Sie mir einfach das Kurzworträtsel übernehmen dann für Sie. Gebe es Ihnen und gehe langsam wieder meines Weges. Als ich schon viele Meter weiter bin, hörst du plötzlich laut in mir rufen. Was nützt dem Wolf die Freiheit, wenn er das Schaf nicht fressen darf? Denke, meine Herren Cottbus. Da siehst du aber auch nicht immer was, wenn du mal guckst. Ja, das leitet es eigentlich ganz schön über zu einer Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Das ist mit, wie häufigst du überhaupt? Das ist immer wieder diese an sich ganz schöne Frage. Sag mal, Horst, du erzählst ja viel auch vom Unterwegssein. Aber praktisch immer nur im deutschsprachigen Raum. Da traust du dich auch nicht richtig raus. Doch, eigentlich schon. Aber es ist oft schwer, von da dann zu erzählen. Weil es ist jetzt einfach so, das hat sich auch so ergeben, da kann ich auch gar nichts groß für, dass ich ja tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Sprachen nicht spreche. Also in den meisten Sprachen eigentlich nur Ja und Nein. Und das ist eigentlich auch nicht mit Worten, sondern mit Nicken und Kopfschütteln. Das ist aber eigentlich ganz fließend. Also, und auch ohne Akzent. Nein, aber vor kurzem war ich doch auch mal wieder in Frankreich. Und das war sehr schön, weil das ist eine der ganz wenigen Fremdsprachen, die habe ich gelernt in der Schule, sieben Jahre. Und es ist ja auch immer toll, wenn man sich dann, ja, wenn man so schlummerndes Wissen auch mal wieder aktivieren kann. Also hat mich auch total drauf gefreut. Ich musste aber in Frankreich zu meiner großen Überraschung feststellen, dass der Großteil der Franzosen mein Französisch nicht verstanden hat. Ja, wo ich auch erschüttert war. Also wo ich auch, Gott, was ist da denn passiert? Oh je, oh, das ist ja furchtbar und so. Also ich meine, es tut einem ja auch so leid dann, ne? Also wo man denkt, oh Gott, die armen Franzosen verstehen ihre eigene Sprache nicht. Das ist ja, das muss ja schwer sein im Alltag. Also da eben, wir reden ja immer vom Pisa-Schock, aber guck mal nach Frankreich. Das sind Probleme. Und lange überlegt habe, was ist da passiert? Wie kann das? Und bin irgendwann zum Schluss gekommen, naja, wahrscheinlich wird es eben so sein, dass ich halt mittlerweile ein sehr traditionelles, überliefertes, wahrscheinlich überkorrektes Hochfranzösisch spreche. Also wahrscheinlich ein Französisch der Literatur, der Universitäten irgendwie. Dass dort umgangssprachlich praktisch nicht mehr verstanden wird. Wo meine Freundin, als ich ihr das erzählt habe, hat sie auch sofort gesagt, ja, das glaubt sie auch. Nein, tatsächlich war es so, das war auch ganz hübsch dann irgendwie wieder, dass praktisch jeder Franzose, den ich auf Französisch angesprochen habe, hat direkt auf Deutsch geantwortet. Ja, wir waren aber auch im Elsass, das hat sich ja nochmal verstärkt. Nein, und da waren wir in einem Supermarkt, da wollte ich unbedingt hin. Das gibt einen, der hat das Einkaufen der Zukunft und der hat ganz viele Gimmicks, ganz viel Zeus, was da steht. Und da gab es eben ein Gerät und das hat mich restlos begeistert. In einer anderen Ecke gibt es einen Getränkeautomat mit Spracheingabe. Also wo man seinen Wunsch in einem Mikro spricht und dann gibt einem der Automat das gewünschte Getränk. Bestelle einen Café Noir Double avec Sucre. Also einen doppelten schwarzen Kaffee mit Zucker. Der Automat sagt, pardon, je ne comprends, réessayez s'il vous plaît. Also schon gar nicht verstanden, versuch noch mal. Das wiederholt sich viermal, bis ich husten muss. Daraufhin gibt er mir ein Cappuccino. Viele Stammkunden kommen nun angerannt. Seit Wochen versuchen sie hier schon ein Cappuccino zu bestellen. Noch nie ist es gelungen, aber ich habe es geschafft. Ich habe die Gabe, ob ich nicht vielleicht huste noch zwölf weitere Cappuccino für andere kund. Im Anschluss räusper ich einer jungen Dame einen grünen Tee und einem Rentner wehre ich noch eine Gemüsebrühe. Guck, ich spreche doch mehr Sprachen als gedacht. Also zumindest bärsch ich ja ein ziemlich gutes Automatenfranzösisch. Eine andere, eng damit zusammenhängende Frage, die mir eben auch sehr oft gestellt wird, das ist wiederum diese schöne Frage, die dann von vielen Leuten oft kommt. Sag mal, Horst, diese ganzen Geschichten da, alles, was du erzählst, liest und so, ist das eigentlich alles wahr? Also ist alles genauso passiert, genauso gewesen? Oder ist nicht auch hier und da mal ein bisschen was mit zugeschrieben? Gar nicht ganz genauso gewesen. Lappt womöglich sogar ins Ausgedachte. Das gibt es, das wird manchmal vermutet. Und ich finde die Frage auch gar nicht schlimm, weil sie es ja an sich auch schnell beantwortet. Und das ist ja auch kein großes Geheimnis, weil in der Tat ist es natürlich so, dass praktisch alle meine Geschichten, kann man sagen, sind an sich komplett wahr. Alle. Durch die Bank. Aber sie sind nicht ganz genauso passiert. Das leider nicht oder oft auch Gott sei Dank nicht. Aber das ist ein Phänomen, das kennt sicherlich auch der eine oder andere aus seinem Alltag. Also mir zumindest geht das so. Wenn ich so tagsüber in der Stadt unterwegs bin, passiert mir natürlich alles mögliche Zeug. Ständig irgendwelcher Kram, der sinnlos vor sich hin passiert und da und hier, überall was hat passieren. Aber dass da mal Wahrheit dabei ist, da kannst du lange warten. Aber hallo. Oder um es kurz zu sagen, wer Wahrheit sucht, wird in der Wirklichkeit selten fündig. Und es gibt ein anderes Problem, dass das, was mir so tagsüber in der Stadt passiert, hat auch ganz selten nur Schlusspointen. Ja. Das ist auch schade. Also wo ich oft während des Erlebnisses dann sogar noch denke, ui, das ist aber mal ein schönes Erlebnis. Oh, wie das wohl ausgeht und mich auch schon freu. Und zack, hört es einfach auf. Die anderen gehen weg, ich stehe da. Ui. Und das, was ich das überlebe, oft auch dramaturgisch nicht gut aufgebaut. Überhaupt nicht. Also wo ich oft noch während des Erlebens dann auch schon zu den Leuten sage, Kinder, so könnt ihr das nicht machen. Das haut überhaupt gar nicht hin. Man steigt ja durch sein eigenes Erlebnis überhaupt gar nicht durch. Das ist ja furchtbar. Das ist ja, um Gottes Willen. Also es gibt schon auch Regeln. Also ein bisschen, bis er, und die wichtigste ist, immer eins nach dem anderen erzählen. Erst eins, fertig, dann das nächste. Natürlich kannst du vorbereiten, natürlich kannst du überlappen, kannst vorgreifen, parallel laufen lassen, alles Mögliche. Aber grundsätzlich im Kern immer eins nach dem anderen, damit man etwa weiß, wo man in seinem Erlebnis ist. Und wenn ich das tagsüber während des Erlebens so den Leuten erkläre, ganz selten nur Dankbarkeit. Ganz, ganz, im Gegenteil. Also erst recht, wenn ich dann nochmal sage, so und jetzt erleben wir das nochmal strukturiert. Das macht kaum einer mit. Und das ist sehr schade. Aber so, dass man unterm Strich eben sagen kann, also praktisch jede Geschichte von mir hat natürlich ein Erlebnis, das dem zugrunde liegt, auf das ich dann halt noch jede Menge Wahrheit draufschreiben muss. So viel Wahrheit, bis irgendwann auch eine wahre Geschichte draus wird, was teilweise mühsam ist. Also können wir auch da kurz sagen, die Wirklichkeit, die Realität, die kriegst du dir geschenkt. Die passiert einfach so jeden Tag. Aber die Wahrheit musst du dir hart erarbeiten. Da musst du oft lange dran fallen, bis aus Realität mal eine wahre Geschichte wird. Und oft ist dann eben die nächste Frage, ja wie groß ist denn der Anteil jetzt an tatsächlich passierten in den Geschichten? Und das kann man pauschal ja nicht beantworten. Und es wäre auch völlig Quatsch, da jetzt irgendeine Prozentzahl anzugeben. Wäre völlig unsinnlich. So, dass ich dachte, ich mache das einfach jetzt mal anhand eines Beispiels, indem ich jetzt mal eine Geschichte einfach so erzähle, wie sie genau passiert ist. Ohne dazu geschriebene Wahrheit. Um da auch eindeutig zu zeigen, das ist nicht immer schön. Überhaupt nicht ist es das. Das wird hier aber sehr deutlich. Und es ist auch eine Geschichte, die hört dadurch natürlich sehr plötzlich auf. Ja, also wo man sich denkt, ja ein Schluss in dem Sinne ist das ja nur auch nicht gerade. Nee, ist überhaupt kein Schluss. Und schon gar kein schöner. Aber das ist eben der Preis für die Wirklichkeit. Wenn man morgens direkt nach dem Aufwachen feststellt, man hat offenkundig erhebliche Teile der Nacht mit unterschiedlichsten Körperteilen in einer Schale Kartoffelsalat geschlafen, dann weiß man, die Party war ein voller Erfolg. Man hat es nochmal allen gezeigt. Wahrscheinlich. Nachdem ich mich gewaschen habe und mir von Peter ein T-Shirt leihen will, meinte er, Samuel Horstheit, wann hast du dir den Rücken tätowiert? Oh nee. Renne zum Spiegel. Ja, mit wenig bösen Willen könnte man wirklich meinen, ich hätte mir Helmut Schmidt hinter dicken Zigarettenrauchschwaden auf den Rücken tätowieren lassen. Allerdings von einem blinden, beidseitig armamputierten, stark frierenden Tätowierer, der mit sehr stumpfer Nadel extrem müde gewesen sein muss. Zumindest stimme ich Peters Einschätzung. Glaub ja nicht, dass die Frauen darauf stehen. Vorbehaltlos zu. Irgendein Ausschlag ist morgen wieder weg, sagt der Fachmann, den Peter dankenswerterweise sofort hinzugezogen hat. Der Fachmann ist Peters Nachbar. Fachmann ist er, weil Peter glaubt, er habe so ziemlich alle Folgen Dr. Haus gesehen. Als zwei Tage später der Ausschlag immer noch da ist, stellt sich heraus, der Nachbar hat gar nicht Dr. Haus, sondern alle Folgen Six Feet Under gesehen. Der beschließt sich nicht weiter darüber nachzudenken. Aus dem rauchenden Helmut Schmidt auf dem Rücken ist mittlerweile eher so eine Art Landschaft geworden. Keine wirklich schöne allerdings. Die Freundin beschreibt sie sogar mit Berlin. Direkt nach Kriegsende im Regen. Nee, eigentlich eher Schneesturm, also mit Nieselring. Das ist es, Nieselring, das trifft es gut. Peter hingegen findet der Rücken nicht jetzt mehr an Pizza. Frutti die Mare. Nach kurzem Aufenthalt im Magen jetzt auf den Bürgersteig. Aber Nieselring stimmt nicht. Ja, Niesel, ne, richtig. Die Ärztin meint, das wäre garantiert eine allergische Reaktion auf irgendwas. Ach. Ob ich denn direkt vom ersten Auftreten was Ungewöhnliches gegessen, getrunken, mit sonst was Kontakt gehabt hätte. Sage ich, ich habe die Nacht davor in Kartoffelsalat geschlafen. Sie fragt, warum? Schönheitsbehandlung? Sie runzelt die Stirn. Und ist der Kartoffelsalat dadurch schöner geworden? Nein, die Schönheit des Kartoffelsalats ist direkt auf mich übergegangen. Habe jetzt Rücken wie Berliner Kartoffelsalat eingedicht. Sie ist skeptisch. Naja, ich gebe Ihnen erst mal was gegen die Kopfschmerzen. Ich, ähm, ich habe gar keine Kopfschmerzen. Oh, glauben Sie mir. Sie werden auch noch erhebliche Kopfschmerzen bekommen. Ganz erhebliche. Sie schaut sehr ernst. Tippt einiges in ihren Computer. Steht dann plötzlich auf, bin gleich wieder da und geht raus. Stürze zum Schreibtisch, um über dem Computer zu lesen, was sie da gerade so nachdenklich geschrieben hat. Donnere mit voller Wucht gegen die tiefhängende Schreibtischbeleuchtung. Lese, sehen Sie. Die lustige Ärztin kommt zurück. Sie lacht. Vielen Dank. Durch Sie habe ich gerade eine Wette gegen meine Sprechstundassistentin gewonnen. Ja. Ja, zum Abschluss habe ich noch eine letzte Geschichte zu einem Bereich, zu dem ich normalerweise immer sehr, sehr viel und sehr gerne erzähle. Sogar so viel, dass ich mir selbst die Regel gesetzt habe, pro Abend nur eine Geschichte aus diesem Bereich, weil ich da eben auch sehr viel Zeit verbringe, auch dort sehr gerne bin. Und das sind natürlich eben Erzählungen und damit auch gleichzeitig Lobpreisungen, weil du kannst gar nicht davon erzählen, ohne gleichzeitig auch davon zu schwärmen, von Fahrten mit der Deutschen Bahn AG. Sitze im Zug Richtung Berlin und lese einen Artikel, in dem es darum geht, dass häusliche Nagetiere, wenn man in der Wohnung nachts häufig das Licht an und aus macht, davon depressiv werden können. Ja. Denke, Wahnsinn, wofür ich mich so alles interessiere. Ja. Überlege, wie viele meiner Freunde wohl außer mir so einen Artikel mit ehrlichem Interesse lesen würden. Ich glaube, keiner. Stelle dann fest, der Artikel ist auch noch sehr verquast und langweilig geschrieben. Denke, super. Wahrscheinlich wird niemand auf der ganzen Welt diesen Artikel bis zum Ende lesen. Fühle mich ein bisschen wie ein Held. In Hannover steigt ein Mann ein, stellt seinen Kaffeebecher vor den letzten freien Platz des Tisches gegenüber. Während er seinen Koffer verstaut, kommt ein anderer Mann und setzt sich auf diesen letzten freien Platz vor den Kaffeebecher. Ein Streit entsteht. Es wird laut, sehr laut. Ich versuche mich auf meinen Meerschweinchenartikel zu konzentrieren. Schließlich bleibt der zweite Mann am Tisch sitzen. Der erste mit dem Kaffee setzt sich auf einen normalen Platz direkt dahinter und schaut sehr böse. Dann jedoch holt er eine Tüte mit ganz, ganz frischen, gebrannten Mandeln. Wahrscheinlich direkt vom Bahnhofsmarkt in Hannover raus. Die Mandeln riechen geradezu betörnt. Ich kann mich kaum noch auf meinen Artikel konzentrieren. Der Mann am Tisch beginnt zu telefonieren. Ja, ja, hallo Schatz. Ja, du sitzt jetzt hier im Zug. Du, ich musste dringend noch mal in Zentrale nach Berlin. Das wird heute sehr viel später. Er macht ein bedauerndes Gesicht. Und dann geschieht es. Der ärgerlich verdrängte Mann direkt hinter ihm beugt sich vor und ruft plötzlich in Richtung des Telefons. Ja, da haben Sie aber wirklich nicht zu viel versprochen. Das ist ja ein tolles Etablissement hier. Hey, 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 hey. Wusste gleich, dass sowas in Hannover überhaupt gibt. Großartig, ganz großartig. Und die Mädels war es ja vom Allerfeinsten. Mit weit aufgerissen Augen startet der Tisch mal nach hinten. Stammelt ins Telefon. Nein, nein, Schatz, nein, das ist nix. Das ist nur ein Idiot hier im Zug, der sich einen Scherz erlaubt. Der Mandelmann brüllt jetzt noch lauter. Na, 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 junge Frau. Jetzt lass den Mann mal in Ruhe telefonieren. Er hat doch gesagt, er muss nur das lästige Telefonat hinter sich bringen. Und er ist aber ganz für Sie da. Ich muss zugeben, das ist jetzt sogar noch interessanter als mein Artikel über depressive Meerschweinchen. Lass Sie die Zeitung sinken. Der Tischmann ist jetzt wirklich in respektabler Panik. Verzweifelt hält er mir plötzlich das Telefon hin und sagt, Hier, bitte sagen Sie doch gerade meiner Frau, dass er wirklich im Zug nach Berlin sitzt und nur so ein Spinnerrandale macht. Schau auf das Telefon. Überlege. Plötzlich sehe ich, wie mir der Mandelmann in der offenen Hand drei frische. Wunderbar duftende gebrannte Mandeln hält. Sage, was nützt dem Wolf die Freiheit? Wenn er das Schaf nicht fressen darf. Kompromiss. Der Tischmann reißt das Telefon zurück und bringt jetzt fast an den Hörer zu weinen. Der Mandelmann hingegen verteilt jetzt Mandeln an alle Mitreisenden. Die dafür Geräusche und Stimmen in seinem Sinne machen. Innerhalb kürzester Zeit klingt tatsächlich der ganze Waggon wie ein besoffenes Bordell in Hannover. Beziehungsweise so, wie wir uns das eben vorstellen. Irgendwann brüllt der Mann am Tisch, sie hat aufgelätzt, kannst aufhören. Aber es dauert noch eine ganze Weile. Bestimmt vier, fünf, sechs, wenn nicht zehn Minuten, bis sich wirklich der ganze Waggon auch wieder einigermaßen beruhigt hat. Dann nimmt der Tischmann seine Sachen und geht zum Speisewagen. Der Mandelmann setzt sich an den Tisch und ist sehr zufrieden. Wird dann jedoch plötzlich nachdenklich, sagt, aber der Frau gegenüber ist schon gemein, ne? Alle stimmen zu. Und ich werde bestimmt mit dem Handy des Mannes im Speisewagen die Frau anzurufen, um alles aufzuklären. Tatsächlich wählt der Mann auch sofort die Nummer und gibt mir dann das Telefon. Als ich der Frau alles erklären will, unterbricht sie mich schnell. Ach, kommen Sie, das weiß ich doch, dass im Hintergrund alles gespielt war. Denken Sie, ich bin bescheuert? Das war übrigens sogar ziemlich schlecht gespielt. Aber ich dachte mir, Gott, man weiß ja, wie die Leute sind, ne? Ja, spielst du mal mit und lass ihr noch mal ein bisschen schwitzen, ne? Das tut dem ganz gut, ja. So, und jetzt würde ich aber gerne wieder zu meiner Zeitung. Wissen Sie, ich lese hier nämlich gerade einen sehr interessanten Artikel über depressive Meerschweinchen. Lege glücklich auf und gehe dann zu meinem Platz, zu meiner Zeitung zurück. Ein gutes Gefühl, irgendwie doch nicht so ganz allein zu sein. Applaus